Im Jahr 2024 werden wir uns dem chinesischen Jahr des Drachen nähern. Dieses Jahr wird schnell, stark und leidenschaftlich sein. Ein Jahr des Wandels, in dem die Menschen kraftvoll aus einer Position der Leidenschaft, des Mutes, der Integrität und der Ehrlichkeit aufstehen werden. Die Veränderungen werden scheinbar plötzlich und manchmal schockierend sein. Aber in Wirklichkeit wurden die Vorbereitungen für diese bedeutenden Ereignisse bereits seit einiger Zeit getroffen. Die tiefgreifenden Veränderungen in allen Lebensbereichen der Menschen werden die Höhepunkte der langen Vorbereitungszeit sein. Ideen, die bisher nur im Hintergrund existierten, werden plötzlich in die Tat umgesetzt. Enorme Wellen von Mut, Handeln und Veränderung werden sich zeigen. Obwohl es so scheint, als käme dies aus dem Nichts, hat es in den tiefsten Ebenen der Gedanken und Herzen der Menschen geschwilt. Im globalen Kontext werden Länder, Ursachen, neue Gemeinschaften und vergessene Gemeinschaften mutig auftreten, um globale, persönliche und gemeinschaftliche Veränderungen auf dynamische und transformative Weise zu bewirken. Es wird keinen Weg zurückgeben, die globale Revolution ist hier. Die Menschen werden ihre wahre Leidenschaft und authentische Stimme finden und vorwärts gehen. Diese Renaissance wird eine kraftvolle Veränderung ohne Umkehrmöglichkeit sein. Eine Energie des Tues oder Stirb wird global vorherrschen und der Mut der Gesellschaften wird sich für Veränderungen, Fortschritt und Transformation erheben. Im Jahr des Drachen wird fehlende Integrität und Authentizität nicht länger erlaubt sein, sich zu verbergen. Es wird eine Zeit des Namensgebens und Anprangerns, eine Zeit der Gerechtigkeit sein. Die globale Karma-Abrechnung wird beginnen und nichts wird unaufgedeckt bleiben. Finanziell wird das Jahr des Drachen für diejenigen günstig sein, Die ihre karmischen und akashischen Aufzeichnungen im Gleichgewicht halten und durch ihre Schwingung und Lichtarbeit zum Dienst für andere beitragen. Eine enorme Umverteilung von Vermögenswerten wird stattfinden und die Veränderungen im monetären System werden lebensverändernd sein. Die Führung wird von Personen mit immensem Machtbewusstsein übernommen, die sich für die Wahrheit, Integrität und Einheit einsetzen. Die Technologie wird sich rasch in Richtung Dezentralisierung der Entscheidungsfindung bewegen, während veraltete Strukturen und bürokratische Organisationen weiter zerfallen werden. Ein neues, kühnes Heer von Whiteheads wird aufkommen und eine internationale Bewegung für das Wohl der Menschheit schaffen. Die Medienlandschaft wird sich verändern und Plattformen für unzensierte Berichterstattung werden exponentiell wachsen. Im Jahr des Drachen wird es keine Umkehr geben. Alte Strukturen, die nicht mehr dienlich sind, werden beseitigt und eine neue Ära wird eingeleitet. Die Menschheit wird für immer verändert werden. Ein Jahr des kraftvollen Fortschritts, der Authentizität und des Mutes liegt vor uns. Sei mutig, sprich und handle im Sinne des Guten für die Menschheit. Dies ist Deine Zeit, strahle als Lichtträger und diene.